Tag, heute reden wir mal über Erwartung und Hoffnung für neue Computerspiele oder wie ihr coolen Kids sie nennt, Games. Eins will ich vorher noch kurz sagen, ich bin ab heute im Urlaub, ne Woche, bedeutet es finden keine Twitch-Streams statt. Twitch-Streams statt. Wundert euch also nicht, wenn da nichts passiert. Darüber hinaus werde ich wahrscheinlich in den Kommentaren nicht ganz so aktiv sein. Deswegen wäre es besonders nice, wenn ihr vielleicht ein paar mehr Kommentare unter dieses und die kommenden Videos schreibt, denn es kommen auf jeden Fall neue Videos, auch während ich im Urlaub bin, die habe ich schon vorher produziert. Ich gehe jetzt einfach mal stark davon aus, dass wenn ich zurückkomme, ich die 40.000 Subs geknackt habe, denn den Knopf kennt ihr. Jetzt habe ich euch genug zugetextet, viel Spaß mit dem Video, tschüss. Ja, ich bin aber trotzdem gespannt auf Warzone 2, muss ich sagen. Also ich hoffe einfach, dass es halt spielerisch wenigstens mal taugt, dann, Digga... Was wird es so machen, wenn die Leute 30 Euro für Skinpacks ausgeben, werden sie die auch weiterhin für 30 Euro anbieten? Ich hoffe einfach nur, und ich weiß, dass es so ist, aber ich hoffe trotzdem, dass der Grind einfach nicht so krass ist wie jetzt in Vanguard und Cold War. Aber es wird so sein, er wird sogar noch schlimmer sein und es wird noch mehr Aufsätze auf den Waffen geben, damit es noch komplizierter ist und damit noch mehr Leute zur Not die Convenience-Abkürzung über den Blueprint nehmen. Ja, natürlich hofft man weiter. Das ist auch so ein Ding. Das war ja so ein Phänomen bei Battlefield. Man geht positiv eingestellt ran, bleibt aber realistisch reserviert, was seine Erwartungen angeht. So habe ich Battlefield gefühlt am Anfang. Habe mich gefreut, habe aber im Hinterkopf noch die ganzen Scheiße, die sie hatten, nicht vergessen. So, andere Leute, die sehen es sofort negativ und sagen, ne, das ist sowieso Schmutz. So, ist auch eine Einstellung. Digga, jeder wie er mag. So. Wenn ich aber sage, ey, ich freue mich drauf und hoffe, es wird gut, weiß aber genau, okay, ich bin aber nicht allzu enttäuscht, wenn es scheiße wird, weil ich bin ja nicht dumm, dann finde ich persönlich, das ist einfach eine gesündere Einstellung, weil so kann ich mich nur auf Sachen freuen und habe hin und wieder einfach auch noch ein gutes Spiel, auf das ich mich gefreut habe. Andere Leute sind nur noch so, ja, das ist sowieso alles nichts. Ja, dann hör auf zu zocken, halt ganz ehrlich. Oder spiel Indie-Games. Aber nervt nicht rum. Also, finde ich, ich finde, es ist besser, noch Hoffnung zu haben und sich auf Dinge zu freuen, aber das Ganze halt nicht im Super-Hype, dass man hinterher enttäuscht ist, wenn es nicht so wird, sondern halt einfach realistisch, mit einer realistischen Erwartungshaltung aufgrund der Erfahrungen, die man hat, aus den Jahren davor, einfach sagen, hey, ich hoffe, es wird gut. Wenn nicht, dann kaufe ich es nicht. Und fertig. Also, ich verstehe nicht, warum das immer so ein Riesenproblem ist, dass Leute halt so Freude auf Dinge so als was Schlechtes darstellen. Wir sind nicht das Problem, dass Gaming den Bach runtergeht. Das sind Leute, die für jeden Müll Geld ausgeben und überall reinpänen und reingrinden wie Geisteskranke, auch in die letzten Schrottprodukte. Kann natürlich jeder anders sehen. Aber mir geht das Genörgel auf den Sack. Wenn man schon hört, bevor man irgendwas über irgendein Spiel weiß, die Leute schon erzählen, wie scheiße das sein wird, dann frage ich mich, wozu ist man überhaupt noch ein Gamer? Und dann haten sie dann die Leute, die vorher gesagt haben, ich freue mich drauf. Warum? Ich glaube einfach nur, um hinterher zu klugschesseln. Hä, ich hab's dir gesagt. Ne, ich wusste es. Ne, du wusstest gar nichts, Alter. Du hast einfach nur gegambelt. Du hast einfach drauf spekuliert, dass es wieder ein Scheißprodukt ist, weil es ja nicht so unwahrscheinlich ist. Ja, Mensch, was eine Raketenwissenschaft. Das hätte ich dir auch sagen können, dass es wahrscheinlich schlecht wird. Erst bölken sie alle an, die sich auf Sachen freuen und hinterher klugscheißen sie monatelang rum. Äh, doch nicht so geil, ne? Ja. Und ich bin nicht überrascht. Du scheinbar schon. Und wenn es dann doch mal gut wird, halten sie alle die Fresse. Oder reden es schlecht. Ich bin auch immer noch weiterhin auf Call of Duty gespannt. Wie viele salty Cod-Fanboys mich wegen Battlefield anfurzen. Ich freu mich auf ein neues Battlefield. Ich freu mich auch immer auf ein neues Call of Duty. Und wenn das gut wird, dann freu ich mich noch mehr. Und wenn das Schrott wird, dann bin ich einfach nicht überrascht. Das ist meine Einstellung als Gamer, aber schon selbst bevor ich YouTube gemacht hab. Ich zock seit, weiß nicht, 30 Jahren. Natürlich weiß ich, dass es gute und schlechte Sachen gibt. Und natürlich weiß ich, dass man dann wieder auch mal ein Scheißprodukt kauft. Und dass man irgendwann sich vielleicht angewöhnt, sich vorher mal einen Test durchzulesen. Oder ein Video anzugucken. Oder einen Stream. Wenn man sich unsicher ist. Oder eine Beta oder eine Demo zu spielen. Oder Steam Refund Policy zu nutzen. Oder was weiß ich. Für mich ist das einfach völlig normal und okay. Also natürlich nicht der Zustand, in dem sich die Branche befindet. Sondern wie ich als Kunde damit umgehe. Ich persönlich jetzt. Ich würde mir die meisten Games, die rauskommen, nicht kaufen. Wenn ich daraus nicht Content machen würde. Ich kann aber kein Content machen, wenn ich das Spiel nicht besitze. Ist auch klar. Aber als normaler Zocker, ich würde wahrscheinlich irgendwelche alten Games spielen. Oder Free-to-Play-Titel, die bocken. Keine Ahnung. Aber die meisten Games, die ich in meiner Bibliothek habe, hätte ich mir nie gekauft. Aber auch da gibt es halt kein richtig oder falsch. Jeder muss das selber wissen. Vielen Dank.